Von 24 neuen Kardinälen. Zwei aus Bayern, dazu Friedrich Kardinal Wetter. Das heißt, wenn ich richtig rechnen kann, und das rechnet man den Bayern zu, dann haben wir die meisten Kardinäle in Deutschland, bezogen auf ein Bundesland. Das macht uns stolz. Und wer das nicht glaubt, dem müssen wir sagen, wir haben auch noch einen Papst. Das war's.